ja die wir müssen die Schuhe und von und zählt und zum Auto ich habe ihn alter willst du mich schnazen bekommt in der bach hat auf einmal her ich habe mich jetzt mit dem auto warte wer ist das geht nicht gleich versteckt nur was das für spaß sie ich auch als ich dachte was das was geht ab ich würde ich würde als welchen bandit ja ich dachte wurde gespawnt und weißt du alter hey mann du verrägst du junger alter ich dachte ich habe noch so gut nachgeladen weißt du doch vor kurzem weg sei ich kann nicht mehr anwesende ok jetzt er hat aber alle tools na er hat alle tools man ja wenn ein schwein da glaubst du ok walkie talk hat er nicht ich verpiss mich jetzt mit dem auto geht doch nicht auto ist voll hast du wenigstens meine ja was hast du denn für eine mann lol alter ja chill die nehm ich mal mit und dann noch von ihnen die waffen mit und backpack da ist auch noch viel drin und alles warte warte was hat er für ein backpack überhaupt coyote wetten der hat gar kein backpack ich gleich untersuchen weiße wurde von gut verlust getötet hey die er hat kein backpacker im schnatschen oder kann backpack ich verpiss mich mit dem auto ja ich verpiss mich man gerade der hatte die 5 dmx nein durch jetzt mitnehmen oder was ja er hat alle tools mehr und nicht die entgegen dass war es ja die dmx dann junge jahre ankommen entschädigt jetzt nirgends geburt ich selbst hatte jetzt meine hätten er kommt gleich irgendwie wiederhalte mit voller kreppchen damit 2m 14 einmal was ist mit zwei die zelte manne die zelte mitnehmen oder wie 0 gegen der körper geter bis mich aber nicht als ich erschrocken aber alte wuchkommen der kipp lusher aber Kumpel für eine Junge er hat die Fertzene ein Hälter wo ist die Schulter kurze Nürnberg mit Sporn mit Ulrich mit Ulrichmann Maul, Mann. Puh, was ging denn da ab, ähm. Also hier, äh, lass ich die scheiß Kacke nicht stehen. Mann, was ist das für eine Scheiße denn hier? Äh, ich hab keine Toolbox, fuck. Äh, Shoutout-Toolbox. Alter. No. Alter, ich hab den vorhin aber so oft gehadet und danach erst richtig fett draufgehalten auf ihn. Wer ist jetzt eigentlich im Chat verreckt, weißt du das? Wie? Herr Lola, ja. Guck mal, ob er noch drauf ist. Ja. Rekka. Oh, die ganze Action findet, äh, ähm, findet statt, Alter, wenn wir aufgehen wollen, äh. Ja, der läuft jetzt auf jeden Fall zu den Zelten hin, ne? Aber da liegt eh keine Waffe mehr. Wir haben ja alles mitgenommen. Ich hab jetzt alle Tools außer Funke geht. Maul, Alter, ist gar nichts, oh mein, Tools. Ey, aber... Zwei Stück? Rechts, okay, die werden plattgefahren, die Wichser. Haben... Ja, Makarov, ne? Fah, ja. Wie? Schon wenigstens was. Oh, man. Die napfen mich, man. So. Risiko, Mann, Risiko. Ne, ich fahr da in den Wald rein, holst einfach aus der Sniper, die. Wir, wo sind die, sagt man kurz, ne? Ich bin bei der Tankstelle schon. Weiter, weiter, weiter. Die kommen mit, guck mal, Map Primor. Da müssen sie sogar treffen. Die laufen an der rechten Seite. Wo sind die? Achso, ja, warte. Ich hol die Sniper raus. Die DMR-Mags, wo sind die, Alter? Mein Backpack, scheiße. Also, welche DM-Mags... Leute, ich wurd geportet. Ich wurd geportet. Ja, ich hab's auf Band, Alter. Ich wurd geportet. Wollen die mich verarschen? Was sind Huren, ey? Ich wurd, weißt du, wen geportet? Ich wurd geportet. Zu den, zu den Leichen wieder zurück. Wo du gestorben bist. Ey. Ja, Mann, ey. Pussy, Alter. Was soll... Ah, die Zeit... Oh, mein Gott, ey. Was für eine Missgeburt. Ich schick das in... Na, Mann. Ich schick das in Admin, Alter, wenn ich das Video fertig habe. Ja, warte, ich jag die Scheiß Welt jetzt in die Luft, Mann. Junge, der portet mich wieder zurück, wenn er mich wieder sieht. Pussy-Port, Alter. Ich hab jetzt die ganzen DM-Mags reingetan in das... Ich hab jetzt keine Waffe zum Verteidigen. Ich wurd grad... Hey, Mann. Hat deine Leiche DM-Mags oder so? Nein. Das sind die zwei Typen, die jetzt zu mir hochkommen. Das weiß ich schon genau. Scheiße, K.E. Die Zelte hab ich schon mal in die Luft gejagt, ne? Ihr Dichser. Tolle Scheiße. Wie weit ist das jetzt von mir weg? Tausend Meter. Oh, Mann, Alter. Der Eric wurde dann auch weitergeportet, ey. Also, die Typen hab ich jetzt ein bisschen abgelenkt. Ja, nützt ja nicht. Bin ich gleich die... Hey, lass ihn doch so. Wieso ist die Zeit schon in den Bus aus, Alter? Gruppenkanal geht der nicht? Das bringt mich. Scheiß, Wildschwein oder was? Ja, fuck, Alter. Ich muss an die Karre kommen und die DM-Mags rausholen, ey. Da hat er eben gar keinen Gottmut an gehabt, der Kill im Passat, Alter. Nein, das sind diese Typen. Warte, ey, die drei Typen sind ja verrückt. Wer war das nochmal? Manni? Manni, Chris, Chris und Abba-Nicht-Fehko oder-Junger. Dann gehört ihn aber das... Ja, Schnauze, 600 Meter, Mann. 600 Meter. Was? Ich war wieder Renn. Oh, mach mit, du bist vielleicht... Ich hab mitgerutscht gemacht, dann bin ich bei der Tankstelle gespawnt, da in der Nähe, Mann. Ey, Alter, was ist das bloß, ne? Nur, weil ich in die Kitter wird, oder wie? Pussy, Alter. Ich hab den ja von in die Kitter und jetzt? Pussy, Alter. Moin. 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 Stammwild. Okay, jetzt geht's weiter. Wetten, ey, wenn ich beim Auto bin, er portet er mich wieder zurück, wetten. Ey, ich weiß schon, was er macht, guck mal. Ich laufe jetzt wie zum Auto, aber er hat sich schon dahin geportet und tötet mich gleich von irgendwo. Ist bestimmt so. Voll ausgerüstet. Egal, ich hab die neue SD, Alter. Komm, ey, du Bixer. Ja, ich muss dir was retten. Ne, das war seine. Hattest du auch eine? Er hatte auch eine M9-Stick, hat. Zwei Macs hat er. Oder du, ich weiß nicht. Ne, stimmt, meine Warte. Ja, warte. 240 Meter. Shop, seh ich. Ich kann nacken, Alter. Zombie-Spawn, Alter. Haben alle Waffen, die Zombies, Standard. Ich brauch' paar DM Air Max, Alter. 100 Pro. Was? Alter. Du glaubst es nicht. Das Auto ist weg. Ja, du bist im Auto geboren und weg damit. Alter. Ey, Junge. Ey, willst du mich schnatzen? Ich schwöre. Ne, lol. Da steht doch da. Alter. Ich dachte schon. Alter. Schlimmei. What the fuck. Aber ich werd' beschossen, glaub' ich. Jo. Ja, chill mal, Mann. Hol das Körper, fad's dich. Auto reinsteigen und wegfahren. Erstmal, warte. Ich muss die Biene ab mit dem Air Max rausholen. Nützt denn nix? Die Porten nicht wieder weg, Mann. Ja, ich bin schon mit dem Auto und chill gerade. Ausrüstung, dem Air Max, dem Air Max. Split. Weg, 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 weg. Wieso kann ich nicht splitten? Alter, die Sniper ist beschissen, Mann. Wo bist du? Ich hole dich ab, Mann. Mito, willst du dich abholen? Wo die Wichser sind, oder was? Junge, ich hab's schon schießen. Geht mit der Lernfield. ich habe ja die spieler sterben ja ich wurde geportet willst du mich verarschen oder was schon wieder dahinten hin ich war nicht bei der tanke man ich war wieder weiter vorgefahren auf dem feld oder links vom shop war ich man ich bin hier warte wieviel typen er versucht mich zu überfahren wieso warte er kommt hier nicht hin doch hier ist doch ich habe ihn getroffen die hoch die man gibt die krebs und die man man gibt ihn die man ja tötet ihn tötet ihn dann man hat den kujochi man ok hacker ich habe ihn dreimal mit der m14 getroffen ich habe keine moon mehr hier dann weg wirst du Hacker! Hacker, Hacker! Warte, wo ist der Typ? Hacker! Ich kann nicht, Mama, chill! Na Junge, was für ein fucking Hacker? Hast du ihn? Warte, ich lauf kurz hoch! Warte, chill mal! Niko, jetzt drück ein F4, Mann! Warte! 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 Warte!